Die Zucht hat sich verändert über die Jahre. Die Pferde sind moderner geworden, sensibler geworden, auch was der ganze Knochenapparat noch nicht so ausgereift. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass die Pferde Zeit haben. Und wenn ich sehe, die Pferde, die ich alle verkauft habe, Dorette, wie du sagst, sie ist 16 jetzt, Catch Me ist 17 jetzt, war ich jetzt noch Zweiter im Master in Sertung Bosch. Die Fein Lady ist lange gegangen, Leroy Braun ist lange gegangen. Ich glaube, das alles schuldet auch ein bisschen dem, was wir in unserem System einfach ein bisschen Zeit haben und ein bisschen warten.